Der neue BMW 7er feiert Weltpremiere in China. Die Entscheidung für Shanghai als Veranstaltungsort unterstreicht die Bedeutung des chinesischen Markts für das neue Flaggschiff-Modell. 2018 gingen 44 Prozent aller BMW 7er Modelle circa 24.500 Stück an Kunden in China. China wird in Zukunft ein Schlüsselmarkt für Luxusfahrzeuge sein. Die Neuauflage der 7er Reihe setzt deutliche Akzente bei selbstbewusster Präsenz, verfeinerter Eleganz und selbstverständlich innovativster Technologie in den Bereichen Bedienung, Fahrerassistenz und Vernetzung. Der neue 7er bringt eine einzigartige Balance zwischen luxuriösem Fahrkomfort und BMW-typischer Dynamik. Neben dem neuen 7er wurde auf der Veranstaltung das neue Luxus-Line-Up der BMW Group präsentiert. Unter anderem der BMW X7 und der BMW 8er. Neben den BMW-Werken in Deutschland beheimaten die Werke in China die größte Produktionsbasis der BMW Group. Vor allem die Produktion elektrischer Fahrzeuge soll hier nochmals verstärkt werden. In Shanghai wurde zudem angekündigt, dass der BMW X2 im Laufe des Jahres das siebte BMW-Modell in lokaler Produktion in China sein wird. Ab 2020 wird auch der vollelektrischen BMW X3 im Werk Dadong seinem einzigen Produktionsstandort gefertigt und von China aus in die globalen Märkte exportiert. Ab 2020 wird auch der BMW X3 im Auftrag des ZDF-Modell im Auftrag des ZDF-Modell im Auftrag des ZDF-Modell im Auftrag des ZDF-Modell. Ab 2020 wird auch der BMW X3 im Auftrag des ZDF-Modell 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 im Auftrag des Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.